Heute heißt diskutiert, auch unsere Frage des Tages auf VOLATEE, türkischer Wahlkampf auf österreichischem Boden. Was sagst du dazu? Ich habe mich mit dem noch nicht so auseinandergesetzt und mich betrifft das gar nicht. Ich bin nicht dafür. Ich finde, im jeweiligen Land soll gewählt werden und nicht im Ausland für das jeweilige Land werbung machen oder werbetrommelschieben, wie auch immer. Das finde ich nicht okay, das gehört sich nicht. Wir sind da, das heißt da wird gewählt und nicht für irgendjemand anderen. Niemals gut, niemals gut. Möchte ich nicht unbedingt haben, also überhaupt eigentlich nicht. Warum? Wir sind Brögenser und das sind Türken, oder? Ja, die Türken sollen ihr Problem in ihrer Heimat ausschlachten, nicht hier bei uns in Österreich. Wenn sie hier schon wohnen, dann sollten sie sich dann geflogen halten. Wir haben ganz eine andere Mentalität. Ja, das ist generell ein schwieriges Thema, aber ich finde, das gehört alles, die sollten das alles im selben Land machen. Also ich möchte sagen, wir sind in Österreich, oder? Und wenn wir in der Türkei wären, wäre das umgekehrt. Wir dürften uns gar nicht rühren in der Türkei. Ist das klar? Also ich bin dagegen. Vielen Dank. Vielen Dank.